Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Ich wünsche mir ein Diaschwert und er bekommt es dann von mir. Ich droppe es ihm dann zu und er versucht die Leute zu überzeugen, dass es mit einem Alt-F4 funktioniert. Und von daher genießt mal die Folge. Der Max, hier ist wieder mein Komplize, schreib was in den Chat. Schreib's schnell. Du hast ja eh die Commands noch mit dem Dingens. Ja, ja. Ach, das ist diesmal nur einer, gell? Ja, wie? Wir haben nur noch einen im Team, der andere ist geläftet. So. Lieber The Way, Scott, ich wünsche mir ein Diamantschwert. So, ich hab's hierhin getroppt. So, sammle's ein. Und jetzt sag mal, hey Robin, schau mal, ich hab ein Diaschwert. OMG. Hä, das springt nicht. Was ist das? Den hasse ich, den hasse ich jetzt. So ein Penner, ohne Witz. Tschüss. Guck nicht mal. Ciao, ciao. Schreib ihm nochmal. Schau, ich hab ein Diaschwert. Er guckt nicht. Oh, jetzt hat er es gesehen. Oh, jetzt hat er es gesehen. Endlich, er hat es geblickt. Er hat es kapiert. Robin Schmidt. Willst du auch eins? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Woher? Von The Way, Scott. Das ist das Easter Egg. Oder so, irgendwas. Das ist dein neuer Mod. Mach es nochmal vor. Mach es nochmal vor. Sonst glaubt es dir nicht. Warte. Wenn er jetzt leftet, gell? Nö. Schreib doch, schau mal zu. Ich zeig's dir. Der muss doch jetzt drauf anspringen. Hallo. Es funktioniert. Gib mir Full Dia und Bo. Please. Du kannst das selber machen. Du musst nur das in den Chat schreiben. Geht bei mir nicht. Dann hast du nicht mit Alter 4 bestätigt. Schreib jetzt nochmal, du willst ein Bo. Nee, du willst. Was gibt's denn noch? Irgendwas O.P. Warte mal. Schreib mal, du willst ein Redstone-Blog. Ist zwar nicht O.P., aber irgendwas. Lieber. Da gibt's nichts in den Chats. Oh Mann ey. Oh Gott. Die sind voll dumm. Oder einfach zu intelligent für unsere Trolls. Jetzt Achtung. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Was macht er? Er baut's Bett zu. Ich baue's jetzt wieder auf. Wenn nötigen ihn dazu, dass er Alte 4 drückt, Mann. Der soll jetzt endlich leften. Schreib mal bitte in den Chat, lieber The Wayscot. Ich wünsche mir, dass Robin Schmidt stirbt. Und dann, warte, dann zünde ich TNT. Du musst aber dann schnell flüchten, okay? Warte, Robin. Geh weg, geh weg. Siehst du, bei mir funktioniert's. Oh, göttlich. Oh Mann. Da denkst du jetzt auch, what the fuck. Und der bleibt einfach stehen. Das ist, glaube ich, kein Bock mehr. Ey, wann stirbt denn der endlich? Keine Ahnung. Oh Mann. Der braucht aber lang. Lieber The Wayscot, ich will einen Diamanten sperren. Jetzt schreib und jetzt schnell mit Alte 4 bestätigen. Das ist, glaube ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017